Ein Kutter mitbreitet Hab das Kputer! Herr Schum, wo ist denn der Krokodil große verrückt? Ich weiß doch nicht, was er ist. Hallöchen Kinder! Hallo! Ich bin Linda! Hallo Linda! Könnt ihr hören, ich komme aus München? Dann fragt die Polizei. Dann fragt die Polizei den Ring, Ingrid. Dann geht sie zur Prinzessin. Ich habe von ihr den Ring bekommen. Kasperl, was soll ich jetzt machen? Warum bekommst du eigentlich einen Ring von der Prinzessin? Das ist die Aufgabe der bayerischen Polizei. Ich muss jetzt los und wiedersehen. Der Räuber hat dir den Ring gestohlen. Der Ring ist von der Prinzessin. Du sollst es zu deinem Onkel bringen. Woher weißt du denn das kleine Hase? Ja, hier schreibt Sieppel, ich bin der Kasperl! Ich bin der Kasperl, ich bin der Kasperl, ich bin der Kasperl! Ich bin der Kasperl, ich bin der Kasperl! Ich bin der Kasperl! Nein, ich bin der Kasperl! Ja ! Jetzt habe ich so deiner� ähnliche Zeige. Jetzt habe ich Lauteinbazin verteilt. Macht ihr denn schon ein Faschingslied? Ja! Kennt ihr ein Faschingslied? Ja! Okay, dann singen wir schnell eins zusammen. Eine Minute singen wir noch. Ich hab noch eine Minute. Also, was singen wir? Wo geht's okay? Ja! Ja! Zwei, drei, vier. Wo geht's okay? Juhu! Wo geht's okay? Juhu! 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 Zucki! Juhu! Juhu! Wunsch doch mitall! Juhu! Was ist sie mit euch los Rucki zucki? Juhu! Darf ich mal! Vielen Dank.